Was liegt dir diesmal am Herzen? Weißt du, wie oft du diesen Monat schon gegrillt hast? Weiß ich doch nicht, ist mir auch egal. Das fünfte Mal. Das fünfte Mal. Hätte ich die Zeit, würde ich täglich grillen. Und jetzt hau ab. Laut dem neuen Gesetz ist es nur viermal erlaubt im Monat zu grillen. Aha. Und wer kontrolliert das? Ich zum Beispiel. Und du hast letztes Wochenende zwei Tage hintereinander gegrillt. Das ist auch verboten. Das macht zwei Straftaten in zwei Monaten. Oh nein, das tut mir echt leid. Bitte verpetzt mich nicht. Zu spät, Schmitty. Du bist ruiniert. Oh Mann, du hast mich jetzt. Aus Frust mache ich jetzt noch den zweiten Grill an. Und jetzt hau ab. Das wirst du bereuen.